Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Azure Fundamentals AZ900. In der heutigen Session unterhalten wir uns über den Marketplace und mit welchen Werkzeugen Sie mit dem Azure Portal interagieren können. Ich befinde mich in der Azure Desktop App. Übrigens, diese Desktop App ist ebenfalls ein Werkzeug, welches Sie verwenden können, um mit dem Azure Portal zu arbeiten. Zuerst aber einmal interessiert uns der Marketplace. Ich navigiere zum Suchfeld und suche hier direkt Marketplace und dann klicken wir auf Marketplace. Der Marketplace ist, wie es der Name schon sagt, der Marktplatz. Hier können Sie, ich sage jetzt vielleicht so, einkaufen. Allerdings keine Äpfel oder Bananen, sondern unter anderem können Sie virtuelle Maschinen einkaufen. Vielleicht eine Windows-Maschine. Oftmals, wenn man das Thema Azure hört, denkt man direkt an virtuelle Maschinen. Aber das ist nur der kleinste Bereich. Der Marketplace ist unterteilt in den Private Marketplace und dann unter anderem auch in My Marketplace. Beispielsweise, was ich vor kurzem gesucht habe oder vielleicht habe ich etwas zu den Favoriten hinzugefügt. Und dann die eigentlichen Kategorien. Und Sie sehen, da gibt es sehr viele Kategorien. Das beginnt bei AI und Machine Learning und hört auf bei Web Storage etc. Ich habe vorhin das Thema virtuelle Maschinen angesprochen. Diese finden wir in der Kategorie Compute. Da werden uns verschiedene Images vorgeschlagen. Beispielsweise Windows Server. Und ganz ehrlich, die Windows-Images sind der kleine Teil. Circa 60 bis 70% aller Images, die für virtuelle Maschinen zur Verfügung gestellt werden, sind auf Linux basierend. Aber das spielt keine Rolle. Es geht ja nicht darum, Windows oder Linux, sondern es geht darum, was uns der Marketplace alles zur Verfügung stellt. Ich war jetzt in einer Kategorie mit dem Namen Compute. Es gibt aber, wie bereits erwähnt, so viele Angebote, die Sie über den Marketplace beziehen können. Es ist wirklich unglaublich. Und es sind nicht nur eben virtuelle Maschinen, sondern Sie können auch beispielsweise mit Network Virtual Appliances arbeiten. Es gibt Drittanbieter, die ihre NVAs, eben Network Virtual Appliances anbieten. Zum Beispiel Cisco. Dann erhalten wir die Auflistung von den Cisco-Varianten, die wir auswählen können. Es geht weiter zu Sophos. Der Marketplace ist wirklich das Element bzw. der Platz oder eben Marktplatz, wo Sie von den unterschiedlichsten Anbietern die unterschiedlichsten Produkte erwerben können. Also Azure ist nicht gleich eine virtuelle Maschine, sondern es geht um viel, viel mehr. Wir können den Ausflug noch machen zu Security. Dann erhalten wir die verschiedenen Security-Angebote aus dem Marketplace. Wir können Storage aufrufen. Dann erhalten wir die verschiedenen Storage-Angebote. Ich muss zuerst einmal da im Filter Sophos entfernen. Dann erhalten wir die Storage-Angebote. Oder eben, ich war vorher, glaube ich, noch schnell bei Security. Da unter Security erhalten wir die verschiedenen Security-Angebote, Threat-Protection. Also der Marketplace ist das Element, wo Sie im Hintergrund immer wieder verwenden, wenn Sie die unterschiedlichsten Ressourcen in Azure bereitstellen. Wie können Sie denn mit Azure überhaupt interagieren? Beispielsweise ein Werkzeug ist eben diese Azure Desktop App. Das ist kein Browser, nein, es ist die Desktop App. Wie finden Sie diese Desktop App? Das möchte ich Ihnen schnell zeigen. Ich habe diesen Link auf GitHub bei meinem Konto zur Verfügung gestellt. Weil ich kann mir diesen Link nicht immer auswendig merken. Darum habe ich mir eine Textdatei angelegt und von dort aus finde ich dann den Link. Navigieren Sie zum Repository Azure Administrator Associate. Dann gibt es eine Textdatei, die heisst Azure Portal App Link. Dann kopieren Sie sich diesen Link in die Zwischenablage, öffnen ein neues Register, Ctrl-V und dann können Sie direkt diese Azure Portal App hier über die blaue Schaltfläche herunterladen. Gut, das einmal der Hinweis zu dieser Azure Desktop App. Um was geht es, wenn wir mit dem Azure Portal eine Verbindung aufbauen und beispielsweise Ressourcen bereitzustellen? Im Hintergrund arbeitet der sogenannte Azure Resource Manager, abgekürzt ARM. Der Azure Resource Manager ist verantwortlich für die Bereitstellung von den verschiedensten Ressourcen in Azure und aber auch für das Management von Diensten in Azure. Es ist also die sogenannte zentrale Schnittstelle zwischen Ihnen und der Azure Infrastruktur, die im Hintergrund ausgeführt wird. Und das kann ich Ihnen sehr gut zeigen an diesem Bild. Sie sehen, der Azure Resource Manager ist das zentrale Element. Sie können mit dem Azure Resource Manager eine Verbindung aufbauen, beispielsweise über das Azure Portal. Entweder im Browser oder, wie Sie es gesehen haben, wie ich zum Beispiel mit dieser Azure Desktop App. Sie können mit der PowerShell arbeiten, mit der Azure PowerShell. Sie rufen dann die SDKs auf. Sie können mit der Azure CLI arbeiten. Sie rufen dann ebenfalls die SDKs auf. Und über die SDKs können Sie dann direkt eine Kommunikation aufbauen zum Azure Resource Manager. Übrigens, SDKs steht für Software Development Kits. Oder Sie können mit REST Clients arbeiten. Was ganz wichtig ist, egal welches Werkzeug Sie verwenden, ob es nun die PowerShell ist, Portal, CLI, REST Clients, Sie müssen sich authentifizieren. Der Azure Resource Manager kontaktiert das Azure Active Directory, sucht das Konto, schaut sich an, ob dieses Konto legitim ist. Es braucht die notwendigen Berechtigungen. Wenn Sie in Azure Ressourcen bereitstellen wollen, brauchen Sie eine Subscription. Sie brauchen bei dieser Subscription die notwendigen Berechtigungen, dass Sie dann einzelne Ressourcen bereitstellen können, wie Datastore, Web App, Virtual Machine, Service Management oder eben andere Dienste. Also das zentrale Element, wenn Sie in Azure arbeiten, das ist der Azure Resource Manager. Es gibt übrigens noch weitere Möglichkeiten, um mit dem Azure Resource Manager zu arbeiten. Man nennt es Infrastructure as Code. Beispielsweise ist eine ARM-Template eine erweiterte Möglichkeit, um indirekt mit dem Azure Resource Manager zu arbeiten. Also wenn Sie mit einem Azure Resource Manager Template arbeiten. Dieses Template ist im sogenannten JSON-Format geschrieben. Sie können mit Terraform arbeiten. Das ist ein Drittanbieter. Der hat eine riesige Unterstützung, wenn es darum geht, Azure Ressourcen bereitzustellen. Also Sie sehen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Was auch ganz wichtig ist zu wissen, wenn Sie in Azure eine Ressource bereitstellen, egal was Sie machen, im Hintergrund wird das Ganze immer in JSON umgesetzt. Ich zeige Ihnen das am Beispiel von dieser Linux-Maschine. Diese Linux-Maschine habe ich bereitgestellt. Über diese Azure Desktop App. Im Hintergrund wurde die Bereitstellung aber in das JSON-Format geschrieben. Und in diesem JSON-Format wird, ich sage jetzt mal so, drehbuchartig aufgelistet, wie diese virtuelle Maschine bereitgestellt werden soll. Also immer wenn Sie eine Ressource in Azure bereitstellen, ist es im Hintergrund im JSON-Format geschrieben. Das ist das Drehbuch für Azure, damit Azure weiss, welche Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Wir haben die verschiedenen Schnittstellen gesehen, PowerShell und CLI. Sie können eine PowerShell, eine PowerShell-Session direkt über dieses Symbol starten. Klicken Sie auf CloudShell und es startet die CloudShell. Entweder können Sie direkt mit der PowerShell arbeiten. Oder jetzt in meinem Fall wird die Bash gestartet. Die Bash ist nichts anderes als die Azure CLI. CLI steht für Common Line Interface. Oder Sie können wechseln in die PowerShell. Der Vorteil ist, wenn Sie mit der CloudShell arbeiten, sämtliche PowerShell-Commandlets, die Sie brauchen, um mit Azure zu arbeiten, um beispielsweise eben eine virtuelle Maschine anzulegen, die sind direkt vorhanden. Ich zeige Ihnen mal, was ich meine mit GET, AZ und dann verwende ich Kontext. Sehen Sie, das Commandlet ist da. Tabulator habe ich gedrückt und das Commandlet wurde ausgeschrieben. Und jetzt sehe ich, mit welcher Subscription ich arbeite. Das ist der Vorteil, wenn Sie mit der CloudShell arbeiten. Wenn Sie mit der lokalen PowerShell arbeiten wollen, um Azure Ressourcen bereitzustellen, dann müssen Sie die notwendigen Commandlets installieren, damit diese Ihnen auf dem lokalen Host zur Verfügung stehen. Das habe ich bereits gemacht. Ich kann hier GET, ebenfalls AZ-Kontext aufrufen und dann kann ich direkt mit diesem Commandlet arbeiten. Sie sehen, GET, AZ und jetzt nicht Access-Token, sondern Kontext. Und dann kann ich auch mit diesem Commandlet hier in dieser PowerShell Session arbeiten. Jetzt muss ich das ein bisschen abkürzen. So, GET, AZ, Kontext. Aber ich muss zuerst eine Verbindung aufbauen ins Azure Portal, damit dieses Commandlet funktioniert. Ich drücke diese Schaltfläche, um dieses eine Commandlet aufzurufen. und wir schauen mal, ob ich noch eine aktive Verbindung habe ins Azure Portal. Und in der Tat, da ist noch eine Verbindung vorhanden. Darum hat das jetzt funktioniert. Ansonsten müssen Sie Connect, AZ-Account aufrufen, um eine Session aufzubauen ins Azure Portal. Also, wenn Sie mit dem lokalen oder mit Ihrem physischen Host arbeiten, dann müssen Sie die notwendigen Module installieren. Wie das funktioniert, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt einmal thematisieren. Aber ganz wichtig, ohne diese Module können Sie keine Commandlets aufrufen. Das Gleiche gilt für die Azure CLI. Wenn Sie mit der Azure CLI arbeiten wollen, müssen Sie die Azure CLI, die Commandline Interface Kommandos, zuerst herunterladen und installieren. Und dann können Sie mit dem Befehl AZ arbeiten. Dann werden Ihnen sämtliche Unterkommandos aufgelistet. Sie sehen AZ, dann die Nachricht, hier, Welcome to the cool new Azure CLI. Und das sind dann die Unterkommandos, die zur Verfügung stehen in Kombination mit AZ. Also beispielsweise AZ-Account, AZ-Advisor, AZ-AKS und so weiter. Aber auch da, Sie müssen zuerst die Azure CLI Kommandos auf Ihrem lokalen Rechner installieren, damit Sie dann mit Azure arbeiten können. In dieser Session haben wir uns über den Marketplace unterhalten und über den Azure Resource Manager, dass das das zentrale Element ist, um mit dem Azure Portal interagieren zu können.